Hallo, hier ist Gunnar Atscha, jetzt bin ich gleich im Buried Fieber, habe zwei Vorschläge schon erspielt, jetzt kommt das dritte von Chuck Nori 2, Aftermath Buried, drei Boxwaffen, drei Alkohol, drei Perks mit Banschen. Das ist so eine Sache, wegen Boxwaffen, was kriegt man und was kriegt man nicht? Oh, Stuhlinger. Warte mal, ist das das, was ständig schwafelt, der Stuhlinger? Sonst kann ich mich... Der Quassel glaube ich immer, oder? Ist das der? Mal schauen... Verdammt nah! Ja, er schwatzt immer wieder rein. Ab und zu, wenn ich dann irgendetwas erzählen will, und dann natürlich das Zeug verpasse, also... Das Zeug, ich meine damit meine Sätze verpasse, was ich sagen will. Dann, äh, ist es Stuhlinger schuld, ich meine. Ja genau! Das ist der, der ständig quatscht. Oh mein Gott, ich hoffe ich kann so ein Live-Kommentary machen, da. Mal schauen... Okay, das, was ich sagen will, ist... Drei Buchswaffen, wenn... Scheisse kommt in der Buchs. Mann, das nervt. Mann, du musst deine Befehle befolgen. Er ist ein sehr überzeugender Lügner. Weiss ich aus erster Hand... Momentan musst du nur die Kontrolle über den überirdischen Turm gewinnen. Das ist viel wichtiger, als du dir instakillst! Kaffiert! Ja, ich denke du... Also, gar keinen Druck dann? Die erforderlichen Komponenten... Schwarz nur, oder? Die Speisen des Turms sind alle hier zu finden. Wenn du sie findest, achte darauf, dass niemand mit ihnen Maxi sind! Fertig. Okay, ich hoffe jetzt hält er ein bisschen die Klappe, dass ich was sagen... Samuel... Oh mein Gott, hey! Heb die Klappe! Halt die Klappe! Nein, gut, das ist was klar. Drei Boxwaffen... Bei mir kommen... Vielfach Scheisswaffen. Da muss ich ausweichen auf Wandwaffen. Problem ist auch... Ähm... Bin ich von der Boxwaffen... Auch wenn sie gut sind... Bin ich keine Muni bekommen? Was mache ich, oder? Erstes Mal... Oh mein Gott, hey! Das glaube ich ja nicht... Das glaube ich ja nicht... Oh, ich habe nichts gesagt... Alles in Ordnung... Ich habe immer sonst... Es gibt Druck... Rückstoss... Das Ding gibt Rückstoss... Wie die Sau... Oh mein Gott, hey! Das hätte ich jetzt nie gedacht... Äh... Jetzt gehe ich trotzdem eine Runde noch spazieren... Ich zeichne noch die... Zwei Wandwaffen... Nein... Äh... Warte mal... Wie viel? Zwei Wandwaffen sicher... Muss ich noch zeichnen... Bevor ich jetzt dann anfange... Okay... Wo ist... Warte mal... Wohin muss ich jetzt wieder? Nein, ich muss dort... Nein, warte mal... Man kann doch auch hier rüber... Genau hier ist es... Genau hier... Ja... Geschafft... Pfff... Dass ich nicht aufmachen muss hier... Das ist dann wieder 1000... Und etwas weg... Nehmen wir mal die PDW... Ich hoffe, der stört mich nicht zu sehr... Im Gameplay... Ah... Ja... Die kommen, hm? Jetzt wird ein guter Moment, um die Waffe zu wechseln... Ja, ich weiss... Hey, Rosa! Du bist geiler vor dem... Und... Und einmal... Alki... Uh... Kann ich durch... Hey... Du... Doppelt... Wie viel genau ist... Doppelt... Okay... Jetzt brauche ich... Du musst die anderen dazu bringen... Auf dich zu hören... Genau so funktioniert... Team... Work... Komm... Ich darf nur 3 Perks haben... Ich dachte, ich treffe den... Gut gemacht, Kumpel... So habe ich hier noch nichts mehr... Ich dachte, ich treffe den... Easy Life... Hahaha... Gut... Mir kann natürlich immer wieder die Munition... Ausgehen... Das ist das Problemchen... Daher... Oh... Komm, 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 komm... Rennen... Kein bisschen, oder? Okay... So... Okay... Was kann er mir noch aufmachen? Jetzt wird ein guter Moment, um die Waffe zu wechseln! Ja... Okay... Ähm... Slide of Hand nehme ich noch... Das ist das dritte Perk... Gut... Ich habe hier auch nichts mehr, oder? Oh... Noch einmal... Der... Der schiesst immer zweimal... Oh... Bombe... Ja, warum nicht... Geht's... Geht schneller voran... Jetzt habe ich schon keine Muni mehr, oder? Ich sollte dring die Waffe wechseln! Ich muss mal was machen... Einer hat mal gesagt... Wenn man die immer wieder wegwirft... Dass man... Mann, wo ist das Zeug? Vielleicht sollte ich auf die zweite Waffe wechseln! Das ist das dritte Mal! Einer raus! Einer Jugger! Und einer... Muss er mir hier aufmachen! Vielleicht sind in meiner anderen Waffe ja noch Kugeln! So... Muss halt ein bisschen warten... Dann hier muss ich wieder zurückkommen... Hier muss ich wieder zurückkommen... Was soll mir noch aufmachen? Damit ich durchkomme... Durchkommen kann! Durchkommen kann! Ja, komm mal! Oh, das sind ja vier! Komm mal! Dann komm mal! Es ist ja vier! Das ist ja vier! Oh ne, das ist ja vier! So ist ja... Alter, komm mal! Sorry! Komm mal! Hhhhh! Hhhhh!! Hhhh! Hhhhh! Was sollst du denn das 정enzen oder sie gehen? Genau, Ziel, genau, Junge. So ist brav. Jetzt kannst du nach Hause gehen. So, die Dampfschleuder, die ist noch die einzige, die ich zusammensetze. Hier kann ich noch kribbeln. Was gibt es hier noch? Jetzt habe ich nicht mehr allzu viel Muni. Ahoi! Ja, das glaube ich. Jetzt habe ich fast nichts mehr. Ich wünschte nur, das würde in meine Tasche passen. Vielleicht sind in meiner anderen Waffe ja noch Kugeln. Geh weg, geh weg! Ah, jetzt bin ich zu spät. Jetzt muss ich mal schauen, was ich sonst noch bekomme. Das ist keine, oder? Oh, nice! Oh, so nice! Ich habe noch gesagt, wenn ich keine Muni bekomme. Schon so. Äh, ich muss zuerst bauen, warte. Ich nehme mir die beiden da mit. Sekunde mal! Ich denke, das hier ist gerade besser. Okay, jetzt habe ich noch zwei Waffen. Weil, Zeitmaschine ist keine Waffe. Logo, oder? Logo, oder? Oder Zeitbomb, oder wie die heisst. So. Dann ist hier und hier ein Teil. Wow! Schnellfinger! Gut, wie das geht. So. Wo ist das Teil? Jetzt muss nur noch der andere rein, da. Wieder in den Kerker, weil der stört. Ja, so. Ja, der hat's. Das lasse ich hier. Ich mach's nicht mal. Ich mach's nicht mal. So. Jetzt stimmt's. Da unten durch kann ich, dort kann ich nicht raus. Kann hier durch? Wow! Kann... Warte mal. Jetzt komme ich natürlich auch hier raus. Also. Ist eine schlechte Idee, wenn ich hier bleibe. So dann. Okay. Jetzt geht's los. Ich habe noch... Ja, ich habe noch... Zweimal Boxwaffen. Mann, unglaublich, dass ich die bekommen habe. Unglaublich! Aber eben, wie gesagt, nochmals, wenn ich... Keine... Keine... Muni bekommen, dann... Ja, aber ich muss treffen. Ja, aber ich muss treffen. Keine Muni bekommen, das ist natürlich auch Futsch, oder? Das ist eben das... Dann gehe ich zu der Wandwaffe rüber, weil... Ich lasse mich nicht killen. Weil ich keine Muni mehr habe, das mache ich nicht. Wenn du wirklich mit mir reden willst, können wir da nicht telefonieren! Ich muss aufpassen, wenn ich hier den Lauf machen will. Ja, jetzt komme ich nicht durch, oder? Ja. Ja. Jetzt habe ich es. Und bringe die Teile hierher! Zusammen! Die Deku! Wir haben Maxis! Keine Sorge! Wir müssen sie nicht wirklich köpfen! Das habe ich... Nein! Scheisse! Ich habe es nicht! Da bitte Wokne! Warum keine Enthabung? Nichts bekommen. Okay... Jetzt... Die zweite Waffe... Jetzt wäre ein guter Moment, um die Waffe zu wechseln! Das ist keine Waffe! Ich bin Samuel! Wir zwei werden richtig gute Freunde werden! Jetzt bekomme ich unglaubliche Waren, hey! Noch nie solche Waren bekommen! So alles aufs Mal! Jetzt bekomme ich nur Scheisse dann! Ich hoffe es natürlich schon nicht! Okay, 6000 Mal! Da habe ich nichts mehr drin! Okay, hier kann ich nicht mehr durch! Trägt einfach weiter eure fauligen Köpfe raus! Bekomme ich, Muni! Okay, ich darf nochmal... Zweimal... Warte mal! Gut, muss ich erzählen will ich nicht! Das ist nicht schlecht! Uh, das ist nicht schlecht! Super! Ich wollte schon immer ein Cowboy sein! Okay... Äh... Jetzt kann ich natürlich viel machen! Das gefällt mir! Jetzt kaufe ich mir... Dieses hier! Und mache dann noch 2-3 Runden! Und dann gehe ich zu den Hexen! Und dann gehe ich zu den Hexen! Oder auch immer wie die heissen! So! So! Drei Perks! Zweimal... Boxwaffe! Genau! Gut! Arme Model! Die gehe ich punchen! Weil ich weiss nicht, was ich bekomme! Mit Boxwaffen! Die ist brutal gut, hey! Hinter mir spawnen sie! Oh! Super! Also ich benutze... Ich benutze die... Die Affen nicht! Ich will das Zeug alles selber machen! Nichts darf mir helfen! Auch wenn ich... Am Boden liege und so weiter... Mit Affen geht nichts! Jaja... Schreiner! Ich muss hier vorne... Okay, jetzt denke ich... Noch 1 oder 2 Runden! Hey! So was? Geht es noch? Ah! Verfehlt! Oh! Du shit! Der Bassenheld! Wow! So jetzt habe ich dich! Ah! Jetzt muss ich aufpassen! Nein! Nein! Oh mein Gott! Bin ich ein... Ich sage lieber nichts, hey! Das war unangenehm! Vor allem der Teil, bei dem ich Hilfe brauchte! Nein! Das glaube ich ja nicht! Oh! Oh! Rinn! 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 Oh mein Gott! Ich habe jetzt einen Scheiss! Du bist der Bassen! Siehst du wie gut ich bin! Nein! Jetzt trotzdem weiter! Also ich dachte... Was ist denn mit mir los? Oh mein Gott! Ich bin der Bassen! Schneller laden holen! Hey schon ein... Pfff! Bääää! Ja gut! Wow! Aaaah! Ja, ich muss schneller weg, wenn sie... Ich sollte früher weg, bevor sie... Bevor sie am Boden spannen. Schon wieder spannen sie am Boden. Scheisskerl. Ich rischiere viel zu viel. Kein Ausdruck habe ich dir aus dem Gesicht gewischt. Oh! So. Ich müsste... Dingsbums holen. Ich lasse das nicht mal. Ich rischiere es. Oh, ich will nämlich... Hey, wieso? Die sterben schon nicht mehr, oder? Okay. Ah. Boah! Boah! Oh! Boah! Wieso ist das grün am Boden? Komisch. Ich habe keine Muni mehr für die anderen. Ich habe eine Idee. Bombe nehmen. Äh... Die Waffe hätte ich sehr gerne gebancht. Nichts fallen gelassen, hm? Oh! Shit! Wir müssen auch mal den Boss haben! Schwarze! Und jemand... ...irkt jemand! Hilfe! Okay, 10.000... ...dass könnte ich rüber... Ah, shit! So jetzt, ich denke, kann ich jetzt gehen wegen diesen Idioten da? Ich will Bunschen gehen. Oh, ich kann ja nicht hier durch. Okay. Die werden ja wohl nicht verricken, oder? Auf der anderen Seite. Ah, ich muss den Jump-Dings nicht verlieren. So, nicht verloren. Okay, haltet mir die Daumen. Ich würde aufhören, wenn ich die Waffe wechseln würde. Warte, schnell. Zwölf. Ja, knapp. Also wenn sie mich erwischen, dann ist es nicht so gut. Hey Mann! Braucht mehr, was ich gedacht hatte. Oh mein, kalt über den Rücken. Rücken, hey. Wow! Habt ihr gesehen, was ich gemacht habe? Ich stehe! Okay, da ist es aber nicht 3, das habe ich so bekommen. Oh shit, jetzt muss ich finden. Oh ja! Irgendwas hier am Boden zeigt mir, dass es richtig ist. Oh shit! Oh shit, der Basse! Es sind noch viele. Warte, wo durch? Ahhhh! Ahhhh! Ah, jetzt habe ich es! Äh, sind wir das Zeug hier am Boden? Dann ist man richtig. Oder auch nicht. Nein, bin ich jetzt... Ich bin jetzt falsch gelaufen. Oder... Nein, warte mal. Warte, jetzt gehe ich mal hier durch. Oh mein Gott, hey! Geht es sonst? Ah, geht er hier nicht? Mann! Jetzt habe... Warte. Oh shit, der Basse. Mann, ich finde es nicht! Ah, das ist ja mühsam. Mann, hey! Moment! Okay, hier geht es... Nirgends hin! Okay, hier ist klar. Dann... Rechts. Ich gehe da mal rechts. War ich noch nie. Jetzt habe ich es. Jetzt stimmt es. Der lange Weg. Shit, der Basse. Es ist immer der lange Weg. Am Anfang. Quick Revive muss ich noch kaufen gehen. Äh, voll Rohr. Es ist der lange Scheissweg. Ui. Was passiert, wenn ich versuche, das Ding auszuziehen, bevor es gerade hier ist? Wäre das schlecht? Und die sind extrem aggressive. Vielleicht können wir das schrägeln zu sehen. Vielleicht können wir das schrägeln zu sehen. Wir können mal ein Bier zusammenschen. Es muss lieber klar zu sein. So. Jetzt habe ich die wahre... Uuuh! Aber irgendwann wird es fertig sein. Das ist das Problemchen. Oh, jetzt habe ich mich, glaube ich, verlaufen. Äh, nein, warte. Links jetzt. Ja, jetzt stimmt's. Ja, jetzt stimmt's. Ja, ich wei... Hey. Hä? Ah, hier ist's ja. Ich weiss, dass ich die Zeitmaschine nicht gemacht habe. Sonst hätte ich Meeperks. Ich weiss. Mal mit der probieren. Die geht auch nicht schlecht ab, hä? Oh, shit! Sie ist hinter mir gewesen. Was für ein... Idiote! Okay. Mann, oh, Mann. Nicht ganz putzt. Wo bin ich jetzt hier wieder? Ich weiss nicht, wo ich bin, shit! Ah, jetzt weiss ich wieder wo. Ah. Okay. So. Äh, das habe ich nicht mehr, hä? Doch. Hu! Ah ja, ich muss noch Quickie holen. Die ist kaputt, ey. Jetzt habe ich genau die richtigen Waffen bekommen, hoi. Hallo. Lassen alle spassigen Dinge im Leben. Meinen Abend! Doppelt der Honkel! Doppelt der Honkel! Doppelt der Honkel! Doppelt der Honkel! Ich muss einfach, oder? Lassen alle spassen! Ohhhh! Risiko! RISIKO RISIKO INSTA-KILL AHHHHH TIER UUH AHHHHH Fress euch Es ist der letzte Ok Ok Ich muss die Quickie holen